Hallo Leute, vielen Dank für das Interesse an unserer Fanreise. Ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie sowas bei uns abläuft. Ihr reist selbstständig an auf die Isle of Man. Wir holen euch am Flughafen oder an der Fähre ab, zeigen euch eure Unterkunft. Das sind zum Großteil private Häuser, wo die Leute ausziehen. Wir ziehen ein, sind alle sehr gepflegt und manche sind überdurchschnittlich schön, überdurchschnittlich. Und ja, es ist immer wieder ein Erlebnis. Es gibt immer wieder neue Häuser und es gibt Häuser, die wir schon viele Jahre im Angebot haben. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, wenn ihr eine günstigere Unterkunft aussucht, wo ihr zum Beispiel vielleicht nur ein Badezimmer und ein Bad habt und als Gruppe anreist, ist es trotzdem sauber und schön für euch zu wohnen. Es hat einen großen Vorteil, so private Häuser, denn am Abend sitzt ihr zusammen, trinkt euer Bier, könnt ihr miteinander reden. Es gibt nicht den Trubel, den es immer hat in jedem Hotel, wo man eigentlich nie in Ruhe zusammensitzen kann oder irgendwas machen kann. Noch dazu könnt ihr draußen ein Barbecue anwerfen, im Grill oder manche Häuser haben einen Jacuzzi dabei. Ihr setzt euch ins Wabisch-Brudelbad hinein und lasst den Tag noch mal Revue passieren untereinander. Ja, wenn ihr da eingezogen seid, euch eingewöhnt habt, könnt ihr mal auch selbstständig die Insel erkundigen. Aber wir haben auch einen Tag, wo wir euch alles zeigen, nämlich machen wir eine Runde um den DD-Kurs im Bus und ich werde die Runde in deutscher Sprache kommentieren, wie man sich als DD-Fahrer während so einer Runde auf der Isle of Man fühlt. Gut, wo sind die Stellen, die einem ein bisschen Furcht einflößen, wo sind die Stellen, die man besonders liebt? Es gibt so viel zu erzählen, ich kann gar nicht so schnell reden, wie ich euch da die Informationen geben will. Wenn wir dort zurückkommen, machen wir eine Runde durchs Fahrerlager. Auch dort werde ich euch wieder alles erzählen, auf was es drauf ankommt. Wir gehen Teams besuchen, wir machen vielleicht einen Stop beim Reifendienst, ich zeige euch, was es dort Spezielles gibt. Es gibt auch da wieder hunderte von Informationen und natürlich gibt es immer auch ein paar lustige Geschichten, die mir dort passiert sind während meiner aktiven Zeit. Danach gehen wir zum Lunch. Wir haben im Dog of the Town, das ist das Restaurant, direkt unten am Fahrerlager, haben wir den ganzen ersten Stock für uns. Da gibt es ein Buffet mit einem Chili, mit einer Lasagne, mit Salat, mit einem guten Schokokuchen, mit einer Eiscreme als Dessert und einem Kaffee dazu. Das ist dort alles inkludiert und wir laden deutschsprachige Fahrer, in erster Linie deutschsprachige Fahrer ein. Aber wir haben auch schon die Jenny, Tin, Mauf und so weiter gehabt. Die erzählen, wie es bei ihnen gerade läuft und was auf der Isle of Man für sie gerade die Knackpunkte sind. Es sind ja immer Sachen, die einen am meisten beschäftigen, wo die Probleme am größten sind. Und das ist schon sehr interessant, wenn man da einen direkten Einblick kriegt. Danach gibt es wieder die Rennen und so weiter. Wir sind immer für euch da, zum Beispiel der Bidi, unser Stefan Biedermann, der spaziert mit allen, die mögen. Einmal runter, Bray Hill, zeige ihnen, was dorthin geht. Wir zeigen euch verschiedene Stellen rund um die Insel oder sagen euch, wo ihr zuschauen könnt, was spektakulär ist. Es gibt so viele Sachen und ihr seid es nicht allein gelassen. Also es ist einfach eine unglaubliche Insel. Wenn die Frau zu Hause überlegt, ob sie mitkommen will oder nicht, obwohl sie nicht Rennsport begeistert ist. Die Insel ist so schön, die hat für jeden was über. Einfach anmelden, mitmachen, weil es gibt nichts, was man bereuen muss, außer das, was man nie gemacht hat. Also meldet euch an. Ciao.